ich habe eine flasche wasser hat immer wir sind in 305 in 405 müsste irgendwas sein ihr seht das nicht oder oder ein bisschen heller sie haben da ein fleck auf dem boden ha die tür ist auf ich bin raus wo ist die hin das ist das motorrad 1 höher ich bin jetzt in 300 ich muss auf die 4 ich muss auf die 5 und dann runter rein ich kann nur einfach das paket holen und einfach gehen oder wer ist die 404 ach guck mal da ist ja ich kann ja nicht rein oh das ist natürlich schlecht da hole ich das nächste paket und gehe leider nicht das ist natürlich dumm gelaufen da kann man nichts machen ich möchte nicht in so einem wohnblock wohnen nee 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 gar kein interesse gar kein interesse vor allem wenn du so creepy nachbarn hast du wohnst jetzt nicht wirklich weit neben dem weißt du wohnst an der wand neben dem dachte ich doch dass es gerade noch nicht da stand was ist das für geräusche what the fuck okay ein paket noch easy so das letzte lass mich raten 404 202 okay zweite etage zwar zwei ganz easy game no problem voll gruselig und so mir fällt auch was auf habe ich hier v-sync eigentlich angemacht don't sync lol war das wegen v-sync jetzt läuft es nämlich gut ne also er hat auch relativ okay das war hier problematik eingestellt paket für sie ähm ähm äh erkenntnis abgehauen sollten sie nicht hinterher mein baby du musstest mir helfen einzufangen müssen wir es nicht sehen nach oben oder nach unten mein erster gedanke war leider ich bin echt ich bin so böse ne mein erster gedanke war gerade wo ist der priester okay hier kommt es nicht durch hier ist es nicht hier ist es nicht nee hier ist es nicht wo ist das unten irgendwo oder wie die ja ruhig einfach in der tür stehen und so wie ist das hier ein an da ab ich schreie nicht ich will sich ich will sich ich will sich ich will mich Alter, hier. Oh, fuck it. Was ist das für Geräusche? Hä? Soll ich hier sein? Loll, da ist der LKW. Ähm, ja gut, äh, ja. Das Baby. Das, das ist, äh... Hä, das kann doch nicht weit weg sein. Hä, das kann nicht weit weg sein. Das ist ein Baby, das kann nicht weit weg sein. Was? Ah, cool. Äh, ich hab was gefunden. Lita, hi. Lotte, Knotte, hi. Schon kurz verherzenfakt? Nee, noch nicht. Aber mir geht's so gut. Und selbst? Wie geht's dir? Wir haben nicht kurz verherzenfakt. Hallo, Herr Priester, haben Sie das Baby gesehen? Vielleicht ist noch was. Ah! Wir haben was gefunden. Ja, egal. Da ist ein Hundi. Ein Hundi, Boni. Und die, Boni, hi. Oh, da ist ein Ruder. Ähm. Da, hast du Wasser. Oh, oh. Das ist derselbe Brief, oder nicht? Nee, ist es nicht. Okay, aber es geht darum, dass Kohai anscheinend, ob sich eingelebt hat, dort im neuen Apartment und, ob er sich mit einem gut versteht. Ich weiß, dass du auch andere Leute kannst, äh, dass du noch sehr kindig bist, sehr kindig, äh, als Zuwendung brauchst, also Fürsorge oder so, weil er wahrscheinlich irgendwie psychisch ist oder so, keine Ahnung. Äh, und sie hoffen, dass die Leute dort das auch merken und, dass es halt mit einer Person beginnt, muss nur eine merken quasi, und dann wird das besser. Also, es ist okay, wenn er langsam arbeitet und sich nicht irgendwie, äh, ne, Burnout-mäßig sich da gut... Oh, er hat Burnout, das kann natürlich auch sein, das klingt auch so ein bisschen so... Du tendentierst zwar immer dazu, pessimistisch zu denken, aber versuch, positiv zu denken. Nebenbei, wie geht's dem Hund? Aikishi. Was ist das? Show me the dog next time, okay? Äh, wieso ist der Hund hier draußen? Das ist sein Hund! Kahaai. Das ist sein Hund, oder? Hundi, hast du, hast du... ein Baby gesehen? Der Baby soll ja langgerannt sein. Da hab ich noch eine Dose. Okay. Ich weiß nicht, warum wir so viele Dosen auf dem Spielplatz liegen. Okay, ich soll hier zurück. Das sagt ja schon viel aus, dass ich hier definitiv zurück soll. Lass es dir schmecken. Hier draußen läuft's aber echt flüssig. Ist irgendwie nur drinnen, die jetzt sowas sugiert läuft. Alter. Hä? Wer war'n das jetzt? Ist das Kohai? Also ist... Nee, das ist die ich doch schon, das ist offen jetzt. Lol, da oben ist ne Tür halb auf. Lol, das ist die 400... Ist das die, wo es geblutet hat? Also wo... Warte mal, wo ist er jetzt hingerannt? Ich guck mal, ob ich den wieder sehe. Okay. Oben ist die Tür auf, 404 oder so, ne? Scheiße. Gibt nen... Neues Level bei Davor von soem Japan-Tempel. Ach ja, das hab' ich schon... Gesehen. Aber ich glaube, das will ich nicht spielen. Ich glaube, da spiel' ich lieber Alien. Ich bin neues Level bei Davor. Ich hab' den Stream gesehen. In der Update-Liste ist Davor oft drin. Ja, ja. Ähm, ich muss runter. Also ich weiß, das ist da irgendwie so ne... Das ist so ne Spinne dann. Kann ich bitte speichern. Ich würd gern speichern. Oh, das ist die wieder. Hä? 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 Oh, Alter, ich würde gleich gehen. Das ist zu. Das ist der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank. Oh, nein. Hey. Nein, ich kann nicht mehr raus. Ich will nicht mehr raus. Hat dich. Wie die Tür langsam aufgeht, Alter. Das ist ein Dämonenbaby. Das ist ein Dämonenbaby. Wenn er jetzt langsam den Kopf dreht, ne? Ich liebe Babys, aber das nicht. Das nicht. Wo war denn das? 200, ne? Ähm. Kacke. Kacke. Hallo? Kacke. 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 Das Morgen, ich sah Kisio in Ruhe. Okay, er hat Yukishi im Raum 105 gesehen heute Morgen, er ist da rumgelaufen, und er scheint halt ein Priester zu sein, und mit dem muss er mal reden. Er hat nicht mit ihm geredet, weil er kein Geld hatte. Kann ich alles nehmen, einfach? Ha. Okay. Aber irgendwas unten? 2 auf der 200. Das ist straight hier. Okay. Das war 202. Ähm. Shit. Okay, sind wir für 3, oh lord. Speed dazu, aber es gab keine andere Möglichkeit, ne? 4305 habe ich im Package. Ach, warte mal. Da vorne kann ich rum. Wenn ich jetzt hier runterklettere, komme ich wieder auf die andere Etage. Auf die 200er. Äh, hier doch 200er. Okay. Das Baby ist halt rausgerannt am Morgen, er ist nicht süß. Das ist Marikos Kind. Das ist Marikos Kind in Römer 202. Okay. Als Marikos, also die Mutter, ihn gesehen hat. Also das sind jetzt Diaries von dem Kahai. Der auch mit dem Hund gerade weggerannt ist, nehme ich an. Ähm. Als die Mutter ihn gesehen hat, war halt, naja, er hatte einen Sohn da, der kam halt auf ihn zu wahrscheinlich so oder so. Sie hat ihn ganz schnell gegrabt und ist ins Haus zurück. Und die hat mir so gesagt, bleib weg von meinem Kind, von meinem Sohn. Okay, wir finden Tagebücher. Von dem. Oder Geschichte von ihm. Warte mal, wo, wo, da ist unten in der Leitung. Ich muss jetzt hier eins hoch. Ich kann nie anders, ich muss da eins hoch. Okay. Die Atmosphäre ist gut. Die Atmosphäre ist ganz, ganz nice. Wo ist da drüber hin? Ja, ich bin da drüber hin. Ich habe das Auto gepackert. 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 Ich hab das Auto gepackert. Heute habe ich ein bisschen zu einem Schaden gegeben. Okay, er hat eine Katze zu Erika in die 502 gebracht, zu der Katzenfrau. Er hat einen Hund. Okay, ne? Ich würde mir aus, dass... Was? Sie hat gesagt, er sei ekliger, verabscheuungswürdig. Ein Hund hat? Das hat natürlich ziemlich verletzt. Also, der, um den es hier geht. Und ich habe eine Befürchtung, weil ich mich an das Blut noch erinnere. Der ist hier eingezogen, hatte psychische Probleme oder Burnout, irgend sowas. Oder hat vielleicht irgendeine Behinderung gehabt, irgend sowas. Und die Leute hier haben ihn dann dementsprechend behandelt. Die Mutter nimmt ihr Kind weg, weißt du, und sagt sowas. Er hat halt einen Hund und er wollte dann lieb sein zu der, die er auf den Katzen hat, hier im Blog. Dann so, hey, ich habe eine Katze gefunden. Und dann wollte er reden und dann geht die auch gleich so ab und sagt, er sei widerlich. Und hast du nicht gesehen? Okay. 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 Also, er dachte so, mit ihm kommt er vielleicht ein bisschen besser, weil wir sind im selben Alter. Er hat ihn niemals außerhalb seines Raumes gesehen. Er hat beschlossen, ihn mal zu besuchen. Und er kam zum dritten Mal raus. Ich denke nicht, dass irgendjemand ihn mag. Das war die Horrorvorstellung, ne? Nur zwei. Okay, jetzt gehe ich hier runter. Jetzt muss ich vor und gehe da rum. Genau, jetzt gehen wir hier hoch. What the fuck, ey? Ne, lass zu. Hier geht einer runter. Das war eins drunter, ne? Okay. Ich gehe vor jeder Tür. Ich gehe vor jeder Tür. Hä? Ah, 305 und da bin ich runtergekommen. Da kann ich nicht, also muss ich jetzt hier runter. War hier nicht was mit 300? 305. Oh, ich muss da rücken. Da muss ich den Schmerzatel da hochkraxeln. Let's carry your box. Ähm, und in der Nacht hat Mr. Takeo in Raum 206 ein Paket bekommen mit Haufen Bierdosen. Das war der, der das Wasser nach uns geschmissen hat. Er hat gesagt, do you mind me helping? Also, ob er ihm helfen soll? Why the fuck are you trying to help? If you have time to help, you should be on... Was heißt Welfare? Das sagt mir nichts. You are just... Okay, also er ist quasi nur eine Bürde für die Gesellschaft und sollte eigentlich weg. Und so sagt mir so, what? I wonder if people around me sink that away. Naja, er denkt jetzt so, dass... Auf das die Leute halt wirklich um ihn herum denken. Alter, nein. Nein, tun sie nicht. Lass nicht von solchen Idioten was einreden. What the fuck? Ich würde es gerne lesen. Ah, er geht wieder. Der Fahrstuhl geht wieder. Arisa in Raum 205 ist eine Studentin. Sie ist also in der US-Konvenienz-Store. Aha, die hat im Convenienz-Store gearbeitet. Alles klar, weiß Bescheid. Okay, sie ist halt, sie arbeitet hart und das respektiert, ja? She wouldn't say hello anymore. Time this morning, she said, are you stalking me, you ugly... What the fuck? What the... Er hat sie halt angeguckt, als sie dann vorbeigelaufen sind quasi. Er überlegt quasi, was zu sagen. Nach dem Motto. Und sie haut einfach irgendwie raus, ey. Storkst du mich, du Schwein. Alter, what the fuck? Okay, wir haben es für kein Abhauen. Jetzt krabbel ich hier wieder zurück. Nee, ich muss ja nur zum Fahrstuhl kommen. Ich muss nur zum Fahrstuhl kommen. Okay. Bin ich am Fahrstuhl, bin ich hier raus. Ja, what the fuck, ey. Ich muss echt ganz hoch krank sein, nur um wieder vorzugehen. Aber nee, warte mal, der Fahrstuhl ist ja ganz unten, ne? Ich muss aber in den Fahrstuhl rein, um wieder aus dieser Dimension rauszukommen, nehm ich an. Ich muss aus dieser Dimension wieder raus. Dringend. Alter, holy shit. Oh, hier war nichts runter, ne? Ja, ich bin wieder frei. Freiheit. Okay, ich gehe. Das ist grün. Das ist grün. Das ist grün. Alter! Aber ich lebe noch, yay, yay, ich lebe noch, ich kündige, ich kündige sowas von, ich weiß, kannst du alleine ausliefern, naja, kein Problem, oh, der war assi, oh, war der ass, nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, deliver das Package, no, meine Schicht ist, ich muss, man, ich will nicht, meine Schicht ist zu Ende, könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen, Freunde, okay, ein Package, für wen, 404, nein, 404 war das, wo das Blut durch die Decke getroffen ist, ey, ich hab Angst aus dem Fahrstuhl, ne, weil ich kann doch nicht hochlaufen, ich muss den nehmen, ach, ist das Kacke, weil wir jetzt nicht, dass den Blut, äh, müssen wir rumlaufen, Was kam auf mich zu, gerannt, what the fuck? Ne, was ist das? Aber warum kam der auf mich zu, what the fuck, also, why? Was war das gerade? Hallo? Boe, 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 boe Oh nein, Alter. Okay, ich kann da nicht lang. Scheiße, ich will da nicht rein. Wo ist denn dein Kühlschrank? Der ist sogar an. Wieso ist der an? Warte mal. Das Blut ist darunter. Das Blut kommt also aus dem Kühlschrank. Der Tür geht so. Ich will nicht das öffnen. Hä, aber das ist er. Oder wie ist das? Das ist der Kohai. Der eigentlich nur nett sein wollte und dem es nicht gut geht. Das ist der Kühlschrank. Okay. Was langt noch? Oh nein, ein Fernseher. Alter, will ich das schon sehen. Was zum... Hä? Hä? What the fuck? Geht hier ab. Leute, das ist jetzt meine Wohnung, oder was? Hä? Hä? Was soll ich jetzt machen? Hey, was soll? Hey, was soll? Hey, was soll? Hey, was soll? Oh, da steht mein Auto quer. Diese Kackgeräusche. Was soll ich jetzt machen? Hochgehen? In den Raum 4 und 4? Ich will nicht. Hä? also warte 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 hat den also irgendjemand umgebracht also muss ich das jetzt so verstehen vielleicht zum priester das kann sein ich gucke kurz mal bei raum 404 also ist es quasi so gewesen der tut wohl eigentlich nicht nett sein so und alles drum und dran und also dass das was unten am fahrstuhl passiert ist heißt das einfach irgendjemand hat ihn versucht um zu also hat ihn umgebracht im kopf abgeschnitten oder wie jetzt kann ich jede tür aufmachen ich kann ja nur die tür aufmachen das war klar so 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 was hä was warte hat 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 kohai ending 2 okay ich habe das zweite ende bekommen was möglich ist ich stehe gerade auf der leitung also warum tötet er uns also das war jetzt kohai hat uns jetzt getötet der der von denen getötet also ich nehme an dass wir quasi das was wir auch der hund dass der typ uns unten im fahrstuhl angefallen hat mit dem messer das ding ist ja ich glaube nicht dass kohai sich selbst den kopf abgeschnitten hat unwahrscheinlich also muss es ja jemand gemacht haben theoretisch also einfach logik her die hinterfoten sehen komisch aus bei dem hund möchte ich mal kurz anmelden pandoria akku ist auch mit dabei loll supporter oder also hier dings becker oder wie die hat ja auch viele von den spielen gespielt dann glaube ich verdient support appearance hätte ich den hund an mehreren spots finden können ich meine die der knie da unten drunter aber warum kann man da unten durchgehen so war hätte ich da hätte ich da noch hingekommen also hätte ich ihn da finden können die ich dann besseres ende bekommen und was habe ich für ein ende warte mal steam zeige mal meine errungenschaften habe ich ein gutes ende da habe ich ein schlechtes ende press intercom button fünfmal ich will kurz mal errungenschaften an welches ende habe ich bekommen es geht es gibt es gibt nur zwei enden ich habe das zweite bekommen ich habe das schlechte bekommen oder ich glaube ich habe das schlechte bekommen ja gut wie kriegt man denn ende 1 welches das schlechte gekriegt habe war ein cooles spiel es war cool so oder so das war genial